Herr Huber möchte Empfehlungen von Kunden sammeln. Dafür nutzt er kleine, kompakte Empfehlungskarten. Natürlich mit seinem Logo drauf und in seiner Wunschfarbe. Aufgedruckt sind praktischerweise auch seine Adressdaten. So nutzt Herr Huber die Empfehlungskarten gleichzeitig als Visitenkarten. Meistens überreicht er sie zusammen mit der Rechnung. Ob die Bewertung zu Hause oder direkt vor Ort abgegeben wird, entscheiden die Kunden selber. Sie scannen mit Ihrem Smartphone ganz einfach den aufgedruckten QR-Code oder geben den Kurzlink händisch ein und gelangen direkt zur Bewertungsseite. Eine Registrierung ist nicht nötig. Um Fälschung vorzubeugen, gibt es ein Rubbelfeld auf der Empfehlungskarte. Die Kunden rubbeln es frei, geben den Code auf der Bewertungsseite ein und sind einmalig berechtigt, ihre Bewertung abzugeben.